um von was ist die Welt auf die Sitzung und Prozent und es ist ein Jahr in dieser Haus ja ich habe schon welche 1 gut das ist das so ist ein das war so aus ich habe noch das war immer ich habe zwei Sachen bekommen ich habe gedacht es waren zwei Feuersteine ich brauche irgendeine Art im Robber herzustellen wenn das mit den Bäumen nicht so will wie ich das will das ist mal wieder einer wie viele Pfeile kriegt man aus einem Feuerstein äh vier dann ist in Ordnung aber auch nicht okay ja aber ich glaube ich weiß gerade nicht was aus also ich denke er hat 16 wo ist diese fucking Stimme wieder mal man hört sie aber man sieht sie nicht ich fühle mich eklig von oben oder so an weil ich glaube das Redstone das hole ich mir Redstone brauchen wir ja auf jeden Fall nicht wie ein Lava ja hier ist viel Lava gut dass du mich daran erinnerst und FPS Einbrüche ja mich schreibt jemand mit einem YouTube-Link an. Ja, darf ich gleich erst mal disliken? Ja, alle, die mich so einen Link anschreiben, block ich meistens. Ok. Das schickt mich auf. Weiß, die schicken dann einfach nur so stumpfen Link. Unkommentabel. Ja. Wenn man so sagt, ja, guck es doch mal bitte an und bewerte es oder so, dann finde ich es ja in Ordnung. Ja, aber nicht einfach schicken und ja, mach was du willst mit, gell, nach dem Motto. Ja, ich mach dann nur mit drauf, was ich will. Ja. Ist dir dann auch egal, gell. Ja, selbst schuld, würde ich sagen. Ja. Hä, aber wieso kriege ich keine Gummibäume? Wir brauchen einen verdammten Gummibäume, warum, dass wir Gummi bekommen. Ja, aber Rubber ist doch Gummi. Ja, aber wir kriegen ja hier das richtige Rubber. Ja. Oh, die Flirrmaus ist in Lava geflogen. So. So dumm. Was ist denn hier? Oh, ich hab was Neues, glaube ich, oder? Ja. Das ist so rosa. Warte mal, guck mal, was das ist. Wabi. Ist doch nicht neu, ist so neu. Aber, okay, das ist gut, dass ich das finde. Ich hab genau drei Stück abfahren können. Ja. Genau dann ist es kaputt gegangen. So. Ich mach mir erstmal einen Wegpunkt. Hm. Hast du einen Kunden, oder was? Ja, da ist noch ein bisschen was anderes. Das Wabi. Und irgend so was blaues. Okay. Glucychron, du weißt. Und ich hab einen Diamant gefunden. Ja, was. Ach, der hängt an der Decke. Nimm mit. Ja, ohne Spitzhacke. Du witzig. Hätten wir nicht noch, hätten wir Schleimbälle, könnten wir uns das dickige Resin, was wir dann für die, ähm, um Lopper herzustellen, ja, könnten wir uns selbst machen. Und jetzt? Was bringt uns das? Ja, das ist so. Nicht viel. Komm nicht weiter. Ich muss nochmal so gesagt. Oh, das ist ein Krüper. Geil. Ja. Ja, hab ich leider nicht geschafft, aber da war Obsidian, von daher. Ja. 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 Ja, ja, jetzt hier ist auch noch etwas komisches, was ich abform kann. Hier ist eine Redstone. Warte, das mache ich mir auch. Um. 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 dann auch und wird Prozent Brettern oder nur mit Rohholz ich wollte das mal probieren hier mit Eimern also Lava hast du zwei einmal dabei oder so in Lava holen auf WTF wo bin ich hingeraten aber doch ich hab genau ein Schwert heute bist bis nur noch 70 Meter von mir weg ja aber ich bin in irgendwas Neuem verwickelt kenne ich nicht, ich rühre mich gerade auf also kommt ja unbekannt vor der Unruhe ist auch noch so, also das ist alles hier noch voller Rohstoffe toll so nice ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie ich hier hin hier sind noch mehr Diamanten ja, Makiria Dias Alter was machen die alle hier WTF das ist doch nicht normal heißt die meisten tun sich übel schwer mit Diamanten finden die meisten wir finden hier einfach so boah, ich sollte mal mein Kreuz gerade machen Alter, es tut schon übelst weh wenn ich jetzt noch wüsste wie es zurück geht das wäre nice na, hab ich schon mal zwei Diamanten gefunden also drei jetzt insgesamt ja also da müssen wir jetzt überlegen sollen wir eine Diamantspitzhacke machen für ein Netherportal oder sollen wir äh einen Verzauberungstisch machen für was Verzauberungstisch? für was nicht? für was nicht? also gesagt, wenn man fragt warum du einst lange? na, brauchen du mal schon aber sonst würde ich einfach hier Obsidia und Farmen also ne ja hier Spitzhacke nochmal und dann haben wir wieder einen Diamant übrig ja ja irgendwann müssen wir uns auch mal ein Verzauberungstisch machen weil äh äh weil das ist so mies was wir alles brauchen ich wollte gerade hier ein Solarpanel machen, gellä? ja hab ich gerade so überlegt ähm weil der Generator ist ich brauch Klarschein und das ist ja nicht das große Problem Sand, gellä? ähm brauch ich aber Kupferkabel haha Kupfer, Kupferkabel, bräuch ich für rubber ich brauch mal dann jetzt gleich mal die Diamanten äh so jetzt schreibt er mir äh kannst dir anschauen wenn du Lust hast was? der Typ der mir das Video gefickt hat ok was ist das? oh ack woodlabel was ist das? oh alter hätte ich fast wieder runtergefallen ja war dann immer die Musik wie die da so auf den Punkt drauf passt ey das ja so wie gestern mit mir auch gut da ist ja du musst den Partner angucken weißt du du sagst so ich hab Angst Mama ne? mhm und dann kommt so schaurige Musik ey haha ob das extra so abgepasst werden kann ja ja aber es war alles live die Musik ist einfach nur vor sich hingelaufen so äh und schlecht so wir machen mal ne turtle ja ach du hast es rausgefunden? du hast es rausgefunden? also kam es ja raus äh wo war ein Lava? ja ich cheat auch nicht wo war ein Lava? ja ja ich hab schon mal ein bisschen was mitgebracht ja trotzdem hab ich gerade gefragt wo Lava war runden? wieso? ähm achso ja stimmt weil du willst mal bei einmal Hosen wegen ich kann dir die auch mitbringen na ich geh runter da unten würde ja nicht so viel los sein ok ich warte bis der creeper verschwunden ist warte noch auf mich bitte äh ja ich frau auch noch mal natürlich ein paar ich warne dich dann vor den Hindernissen ich hab da so mitten im Boden gegraben und so aber da sind schöne Lavaquellen haben wir vielleicht noch zwei Eisen? warte dann brennt ich das eben äh ja wir haben Reisen unten irgendwo in der Truhe aber bitte aus der obersten nichts raustun das ist meine Zusammenstellung der Truhe also für meine Sachen wir haben dann Tin Tin nö Eisen haben dann brennt wir zwei Sticks eben machen bitte zwei Sticks warte wir haben Holz irgendwo hab ich was reingetan äh ich hab ganz oben Holz jetzt nicht so ich brauch äh zwei Sticks bitte Sticks na eigentlich brauche ich vier dann noch für die Mining Turtle ja das ist vier hm die liegen da also vier naja was soll ich mitnehmen ich hab zwei Steinex ist dabei und ne Steinschau wir können die